Also weiss von Humor auf die Konkurrenz, das ist immer ein bisschen... ...ein Jahrhundert... ...ein Jahrhundert... ...ein Jahrhundert... ...ein Jahrhundert... ...ein Europa sich neu zu finden und angesichts dieses die Glassenmangel... ...die Eilekleiderschrank. Unser Ziel ist es... Er hat also über eine App sich die Brille bestellt, an einem Ort, den er aussieht... ...jahrmittag 13 Uhr, das klingt gut, das können wir machen. Sprengen Sie untereinander darüber... ...eine Kraft haben, denken, die Einlagen zum Streiten da draußen mit dem Thema unterwegs. Das heißt also, der Dikative... Ich heiße hier in der Rhein, Frau Dr. Michael, der Friedrich in sich tut, wir haben Forschung in Frankfurt... ...so machen, wie die Kunden das haben. Also, wir haben uns da orientiert... ...und das Gefühl, hier ist etwas wirklich ganz Besonderes eingeklebt und das... ...und das mit uns hat es gerade angesprochen. Herr Kunz, das hätten Sie mir vorher sagen müssen, dass Sie solche Bilder haben, das ist... Nein, locker... ...könnt Ihnen was sagen... ...wenn Sie nicht teils werden, nicht schlimmer. Der Rest da hinten... ...so... ...und jetzt dürfen Sie doch einmal richtig ausfällig... ...viel Dank an Sie, dass Sie übereingladen... ...und Sie übereingladen... I live a life that's more I travel English And every highway More Much more than this I did my way Regrets I have you